Weißt du, erst kommt keiner Patti und dann plötzlich alle. Oh, ich hab dich auch so runtergeschlagen. Ich hab mich runtergehauen. Ja, danke. Nee, war ja nicht meine Schuld, das wäre wegen dem neuen. Ich hab Angst gegriffen. Hast du das auch manchmal, dass du die einfach nicht treffen kannst? Wow. Hast du einen bekommen? Nein. Ich hab voll lowlight. Wir brauchen nur noch eine. Nochmal hochbauen. Erstmal fürs Essen. Ja, ich hab keine Blöcke mehr. Deswegen musst du das machen. Komm, bleibschin. Also die Hexe bleibt jetzt für immer da, oder was? Eigentlich schon. Mal gucken, ob die noch da ist. Weil ich geh weiter weg, ey. Nicht, dass du mich wieder runterflickst. Guck doch. Kommen wir mal her. Kommen wir mal her. Ich guck dich an. Ich guck den genau ins... Okay. Sehr schön. Ja. Den Sound. Ja, diesen... Special. Ja. Den hab ich eigentlich nur gemacht, weil er früher von Minecraft nicht genutzt wurde. Und ich einfach noch einen Sound für... Da war... Also die Sounddatei gab's, deshalb hab ich den gemacht. Aber sie wurde halt nicht genutzt. Deshalb irgendeine Scheiße sagen. Ich hab mir einen Pädel übrigens. Hallo. Ja, ich hab hier aber noch einen am Sack. Und der ist behindert. Der sagt aber deine Mutter. Der beleidigt deine Mutter. Reche dich. Lass die Scheiße. Ey, Mann. Der bin ich scheiße. Das ist ein Spasti. Mann, blöde Kuh. So, ich glaub das waren jetzt alle. Wenn nicht, bin ich echt GG. Hat zwei Enderpeer getroppt. Hab ich auch geguckt. Mein Gott, ey. Die hören sich aber echt behindert an. Danke. Sollen wir das hier nicht vielleicht ein bisschen ausbauen? Damit wir nicht gleich sofort... Da hast du ein Enderman angeguckt. Ah. Pass auf. Das ist jetzt natürlich blöd. Ja. In der Tat. In der Tat. Eine in der Tat. Wie eben. Ja. Oh. Oh. Das. Ich hab die Plattform sogar so gebaut, dass... Dass ich direkt am Rand gesprungen bin. Ja. Was dagegen? Ja. Ein falscher Schritt und du stirbst direkt. So. Welche Blüten? Sind da nicht Blüten drauf? Doch. Ganz oben drauf. Oh. Da müssen wir uns jetzt ehrlich hochbauen. Dim. Dim. Warte mal. Also der hier? Warte mal. Hier ist eine ganz am Boden. Das, ne? Ja. Kriegst du das auch raus? Ah ja. Ja. Man kriegt's raus. Clown. Clown. Das hab ich glaub ich außer Seen an angeguckt. Ripp. Die sind so genial, die Endermen. Ja. Kann ich bisschen. Muaah. Muaah. Aber glaub ich auch wieder zurück, oder? Oh. Guck die ganze Zeit Endermen an. Wollten wir doch nur die Blüten, oder? Was? Wollten wir nur die Blüten? Aua. 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 Ich sterbe. Ja. Good job. Wo ist das? Total da hinten. Ich bin weg. Ciao. Pip. Alter. Geh dir einfach weg. Nein. Ich hab noch ein Endermen angeguckt. Noch ein Endermen. Hahaha. Hahaha. Nein. Was ist denn los? Also ich bin wieder zu Hause. Du bist so einfach. Hahaha. Hast du denn keine Waffe, oder was? Ja. Oh. Ich glaub da ist ein Endermen. Hahaha. Hahaha. Ja. Hahaha. Hahaha. Geil. Das ist einfach schon deine Schuld. Hahaha. Ich dachte vor dem ja auch. Alle Level, Pip. Hahaha. Pip, ich töte dich jetzt. Hahaha. Hahaha. Wie denn ohne Sachen? Hahaha. Hahaha. Ich hab ja nur meine schlechten Sachen mitgenommen. Du bist auch noch durch das Portal. Bist du denn ganz behindert? Hahaha. Alter. Wie kann man denn so behindert sein? Ich hab's mir gesagt. Ich bin zu Hause. Hahaha. Aua. Assi. Äh. Haha. 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 Geil. Pferde. Geil. Geil. Hör doch mal auf. Du Spasti. Hör doch mal auf. Ich weiß doch ganz genau woran, hoff das hinausläuft. Hör doch auf. Ich hab den Ofen angeguckt. Du bist so ein Hurensohn, ne? Vor allem, warum tötest du mich, Alter? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach ja. Ey, wie kann man da so ein Kevin sein? Was du gemacht hast, das war viel schlimmer. Nein. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gesagt, du willst mir helfen, du bist einfach nur weggerannt. Ja, nö. Warum sollte ich denn mein Leben riskieren? Um dich zu retten, bin ich komplett beendet. Du bist vorhin auch draufgegangen, weil du Arschloch mich nicht retten wolltest. Ich hab alles versucht, um dich zu retten. Ja, genau, genau, genau. Ja, mhm, genau. Du hast alles versucht. Am Arsch. Blöde Potzer. Ich komm nicht auf den Nippel raus. Du bist doch was, ich hab jetzt auch gar keine Lust mehr. Ich hör jetzt einfach auf. Nein, die Presse. Du gibst mir so. Warum vier Minuten? Ja. Ich hab gesagt, wir holen kurz die scheiß Seatser und dann verpissen wir uns. Jetzt musst du auch noch meine Sachen holen. Ja. Schrecklich. Oh, jetzt muss ich ja erst einen Enderman noch töten. Ah, Pip. Na. Verhalten. Alter Pip, ne? Johannes hätte das nicht gemacht. Nee, Jams hätte das bestimmt nicht gemacht. Johannes wäre nämlich gestorben. Ja, ja, das wäre schon vorher gestorben, aber... Warte, Johannes wäre für mich gestorben. Er hätte mir einfach... Mit seinem ganzen Leben hätte er mich beschützt. Johannes hätte bestimmt... Er hätte Johannes bestimmt mitbekommen. Er hätte gestorben. Und dann so, hä? Ne, bei Johannes wäre er so... Johannes steif, helf mir! Rupp, Rupp, Rupp. Ich hab ein halbes Herz. Was? Rupp, Rupp. Rupp. Ich habe das hinter dir. Boah! Ach man. So wie Digger. Ja, das ist ja so ein bisschen. Voll wie gut. Was ist Pip? Pip ist noch schlimmer. Er ist... Er will. Sagt er doch mal. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Weißt du? Bestimmt ist deine Scheißaufnahme auch noch kaputt. Scheiße sein. Gegen Enderman. Gut, Alter. Wie schlecht. Wie schlecht. Hör die Fresse. Richtig schlecht. Die Brücke sieht aus wie so ein Zahnstocher. Egal. Jetzt haben wir die Brücke. Und ich bleibe jetzt auch da. Bist du dein allerbester Freund. Ja. Und wir haben jetzt auch aufzunehmen. Und du machst jetzt hier einfach raus, ne? Ja. Mal gucken, ob die Hexe noch da ist. Ja, ist sie. Ich muss nicht mal reingucken, weil sofort ein... Ja. Weißt du, ich nehme einfach Aufnahmen von dir und die mache ich als Hexensound. Ja, okay. Können wir jetzt aufhören? Weil meine Füße sind kalt, ich habe Hunger und ich habe Durst. Und ich muss pinkeln. Wie lange haben wir aufgenommen? Zwei Stunden? Ja. Und was haben wir erreicht? Nichts. Ich habe eine Brücke gebaut. Ja. Und wir haben Villager wieder. Und wir haben... Ja, nichts. Diese blöde Kuh, die hat mir nicht mal ein Ender-Pferd getroppt. Nenn die mich blöde Kuh. Hab ich auch gemacht. Der haut mich da vorhin erst mal vom Turm runter. Und ich war fast vom Enderman draufgegangen. Und jetzt kackt der mich einfach. Weißt du, nur weil du dich wieder neben mich gebaut hast, ne? Weil du Nähe suchst. Ja, genau. Aha. Hast du was gegen Schwule oder was? Na komm, sagst du jetzt, los! Ja, Gott sei Dank, ich auch. Scheiß, Buchtel. So, ein paar Bräume noch angepflanzt. So, sind wir jetzt fertig? Nein, ich will meine Sachen holen. Ja, dann kannst du es ja in der nächsten Folge machen. Ich kann maximal noch eine Viertelstunde. Weißt du, kein Enderman droppt jetzt eine Perle. Was soll die Scheiße denn? Wir haben doch noch genug. Jetzt haben wir auch noch zwei Enderman getriggert. Und wir haben doch noch voll so viele Perlen, oder nicht? Ja, ich habe auch keine mitgenommen. Ja. Kommt doch lieber zum End? Ja, bestimmt. Ich gehe jetzt mal den ganzen Weg hier raus. Nein. Und raus. Wir werden auch hier rum zu furzen. Sieglaft. Ich habe nicht mehr Rüstung dabei, ne? Ja, alles deine Schuld. Was? Ja. Schon richtig gehört. Das ist nur deine Schuld. Ich habe tausend Enderman schon getötet. Der hat auch nichts getroppt. Gleich gibt es hier keinen Enderman mehr. Ich bin jetzt noch mehr. Ich bin jetzt gerade also. ich schä abnormhaltende ein Gutes. ich bin jetzt da ein Kädach miolder. Ich bin seventh.